Das ist ein Enderman mit einem Creep auf dem Kopf. Nico, guck mal her, da ist ein Enderman mit einem Creep auf dem Kopf. Entschuldigung, ganz kurz? Braucht ihr die Enderman? Enderman, ich hab ihn angeguckt. Ich seh, ich seh, ich seh's. Er greift mich an. Soll ich den Enderman? Hey Leute, was geht? Wir sind wieder das Projektidee und heute ist, äh, warte, 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 erst mal, warte, erst mal eine Freude, äh, äh, CrazyCraft heute und heute dabei ist KingCon, äh, ja, 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 was wir heute machen, äh, erklärt euch jetzt Nico. Ach so, ja, erst mal, hallo, hallo erst mal. Ich weiß noch nicht, ob sie es schon wussten, aber das ist jetzt die fünfte Folge CrazyCraft oder die vierte, ich bin mir nicht sicher. Nein, er wird nicht mehr schlimmer. Aber, das kann man jetzt gucken, muss man aber nicht, äh, nein, also wir wollten heute in die, äh, in die, in die, in die, in die Welt hinaus. In die Mama. Und ein bisschen erkunden. Also hier, Nico, komm mal her. Äh, wir würden uns wieder über 100 Likes freuen. Jo, drück den Like-Button. Ja, die muss man mein Handy eben ganz gut auf laut so stellen. Hat einer was zu essen? Nö, aber komm mal her, ich geb dir mal, hier. So, zerschwerte, du weißt, wie man zwei ausdrückt? Gut. Äh, ich hab Shurikans hier, zack. Eine Sache, Leon, Leon, das war ein Double-Time-Anfang, der war nicht scheiße. Der war kein Double-Time, das war hingerotzt und was weiß ich. Ey, ey, lass mal um auf dem Planeten. Ja, wie denn? Fledermaus? Hab ich nicht. Ja, keine Fledermaus. Pff, dann geh ich hoch. Nein, wir sollten zusammen, kommt. Wo seid ihr? Ich komme gleich. Ich will kurz zu dem Planeten, ich will nur gucken, was es da gibt, weil, ähm, es kann sein, dass es da Diamanten... Nein, da nicht, ich war in den, nein, ich war in den Never-Planet. Sobald ist das selbe. Nein, da sind meistens Unterschiede hier dann drin. Oh, ich kann da nicht reinfallen. Glaube ich dir nicht. Ich muss einmal rum. Leute, guckt doch auf die Minimap. Kommt nach, kommt mir nach. Nico, jetzt komm. Nein, ich komme nachher. Okay, ich komme. Ich will nur ganz kurz gucken. Äh, hier sind Diamanten und so. Nein, ja, geil, geiler Scheiß, du. Gut, ich bin direkt hinter dir. Nico. Hä? Alles okay bei dir? Warum sollte nicht? Nein, ja, ja, ja. Nein, ich will das Schwalm. René, was dagegen? Ja. Willst du mal ein Revier anfechten? Ja. Komm, komm, eins gegen eins, super, super, voll. Ähm, Nico, geh dann einfach Richtung Osten. Guck einfach auf die Minimap. Nein, ich kann nicht mehr sprinten. Warum, warum komme ich nicht ins Loch? Nein, ich kann nicht mehr sprinten. Ah, hier geht's. Danke. Ach, du hast einen Katan, okay. Hier ist fünf und auch aus. Zack. Und... Nee, einfach nur in den Osten, ne? Ey, das ist noch ein Plan. Mach mal planen. Ach, okay, ich verschiebe, okay. Gut, gut. Ja, es ist das Gleiche. So, gucken wir mal, was wir uns hier alles mitnehmen. Das nehmen wir mit. Guck mal, Zuckerraum mitten in der Eislandschaft läuft bei mir. Eisen nehmen wir mit. Äh, Blaustor nehmen wir mit. Hast du den Zucker abgebaut? Nö. Ne. Schafe. Dann töte sie. Ja, aber da ist ein Canyon dazwischen. Wie wollte ich, dass ich da hänge? Der hat nämlich fast da reingesprungen in den Canyon. Hä, ja, ja. Alter, dein dämliches Maus. Hä, nicht, nicht. Wollen deine... Ja, ich bin jetzt. Okay. Äh, dann gucken wir hier mal. Redstone. Ähm, ich guck dann, ich komm gleich mal vorbei, weil ich... Aber ich muss erst mal den Planetenhut looten. Ja, weil ich hab hier voll die verpackte Spur. Der loot ist zu geil hier. Äh, was tun wir weg? Das brauchen wir nicht so. Brauchen wir viel Redstone, Leute? Ja, nee, ist klar. Brauchen wir, da brauchen wir nicht. Ja, vielleicht... Ich hab einen Lucky Block gefunden. Leon. Warte, ich muss erst den Lucky Block hier kaputt machen. Erstmal die Diamantenfarbe. Ich wurde getötet von einer bestimmten Person. Ich hab TNT gefunden. Acht Stück. Gefunden. Ich hab TNT gefunden, ja. Wo findest du denn TNT? Äh, Lucky Block. Pass doch. So, jetzt entwickelt er. Ich hab grad drei Pinguine getötet. Jetzt sind wir quitte, genau. Das sind Pinguine, aber Maschenweiche. Verstehst du? Wölte sie. Nico, komm in den Osten. Das sind schwarze Pinguine. Pinguine, das war Rassisten. Nein, ich will nicht in den Osten. Da wird man festgehalten. Nein, wird man halt sagen nicht mehr. Eine Witch, eine Witch. Leon, da bist du. Ah, jetzt bin ich die Witch. Irgendwie sehe ich euch auf der Karte nicht mehr. Ja, das ist manchmal. Das ist ein bisschen buggy manchmal. Das kann schon mal passieren. In welcher Richtung seid ihr? Osten. Guck auf die Minimap. Eee. Ja, ich weiß. Ach, Goldnuggets brauchen wir nicht fertig. Oh, die Pinguis sind agro. Ja, Bitch. Wenigstens ich kriege das Leder von den Spacken. Ähm, was kann ich denn droppen? Was zum Fick ist das hier? Ja. Da oben ist die Gloucester-Planet. Äh, wartet. Ich kann den looten. Gloucester-Planeten sind extrem geil. Komm zu mir. Ich laufe jetzt einfach nach Osten. Nico, plus 324. Warte, 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 warte. Warte, warte. Und wieder weg. User was moved out of your channel. So. Okay, ähm, plus was? Plus 320 plus 60. Komm mal da hinten, dann siehst du ihn schon. 320 plus 60. 320 plus 60. 320. Gut, ich sehe. Das ist ziemlich hoch. Kann das sein, dass du ein bisschen in den West gelaufen bist? Ja. In den Norden meinst du? Äh. 325 minus. Ja, ich glaube nicht. Ich sehe euch. Ich sehe einen. Ich sehe rechts ein. Hey, Arjen, ihr seid beide da hinten? Ey, seid ihr alle, seid ihr alle? Mutend Skeletten. Mutend Skeletten. Woh lang? Ja, ist bei mir. Ah! Sterbe. René, was war die, was war die Dings-Koordinate? Die Z260. Alter, ich meine Spur verpackt. Ich bin jetzt ein Bingling. Mutend Archer-Auto. Hä, René, René, wo denn? Keiner hat mir gesagt, dass Ping-Riener wie Tomy Pig-Main sind. Ganz ziemlich, ziemlich extrem weit oben. Warte, warte, René, René bleibt mal im Sporn. Du kannst mir gleich sagen, wo, warte, verleid mal bitte. Warte, hier lang. Ich bringe mich einfach um und ich folge gleich René. René, du kannst es ja sehr an deinem letzten Todespunkt, ne? Zack, Cooley spawnen. Äh, Fledermaus, Fledermaus, Fledermaus. Wo bist du denn? Ach, da. Okay. Ja. Follow me. Wie weit müssen wir denn? Äh, 400 Meter. In dieser Rechte auch. Hm. Warst du auch bei 320 und 60? Irgendwie verhungere ich wieder. Musst du was essen? Ja, ich hab ja nichts. Deswegen töte ich jetzt ein paar Tiere. Aber ich kann nicht mehr sprinten. Was ist das da hinten? Das ist so ein Witch-Ding. Da waren eben zwei Witch-Ding. Alter, das ist bei euch auch am Gewitter mutend. Nein, ich bin Pieper. Oh, Leo, Nico, hilf mir. Das ist kein Mutend. Ja, das ist aber ein Skeleton-Boss. Oh, fail. Ja, lass essen. Ich kann mal gleich. Ich muss nicht mehr sprinten. Alter, warum ist das so krass? Was will der Hurensohn? Naja, ich... Äh... Ja, komm dann einfach. Wir lassen das Ding da einfach in Ruhe. Es ist zu stark. Ich hab ein Lucky Block. Okay, okay. Lucky Block? Wo? Äh, siehst du mich auf der Karte? Ähm... Ja? Komm zu deinem letzten Todespunkt. Ja, ja, ich... Ich seh' dich auch. Ich bin noch ein bisschen schneller. Schulz? Okay, ähm... Schulz, in Zubuss. Wie viele Meter sind es noch? Keine Ahnung. Ich geh jetzt einfach weiter in die Richtung. Dann wird man den ja schreien. Ich... Ich... Verhungere. Da ist ein Lucky Block. Ich werde in meinem Abbau. Äh, ich will. Und wahrscheinlich... Ja, da ist ein Enderman mit einem Creeper auf dem Kopf. Tschüss. Niko, komm mal hier. Da ist ein Enderman mit einem Creeper auf dem Kopf. Entschuldigung, ganz kurz. Ähm, braucht ihr die Enderman? Änder? Änder, nein, ich hab' ihn angeguckt, nein, ich hab' ihn angeguckt. Ich sehe, ich sehe, ich sehe, ich sehe es. Ach, er greift mich an. Aber das ist ein Enderman. Oh, da ist das ein Creeper, äh, ich glaub' ich ist nur ein Creeper-Helm, oder? Ja, ist nur ein Creeper-Helm, trotzdem. Ich hab' die Ender-Chester, die ähm, hier ist der am Spawn gesetzt. Ja, ich hab' nur einen Hut. Ja. Ey, kann ich mich, kann ich mich teleporten? Als Enderman, nein, ne? Oh fuck, ich bin hier runtergefallen. Ich sehe euch, Liga, da. Da ist er, Nico, direkt über mir. Ja, da. Warte mal, ich werd' gerade angegriffen, tut mir leid. Pinguine? Pinguine! Ninja-Pinguine, Ninja-Pinguine hat mich getötet. Was, ich glaub' du redest vom Falschen, leider. Ich? Hä, wo bist du denn, René, oder bist du ein Pinguin? Ich hab' gerade schon wieder gestorben. Ein OP-Pinguin. Hä, aber wo ist denn, wo ist denn hier ein Mutant-Creeper, oder so? Mutant-Skeleton war da gerade. Ne, das war ein Normaler. Nein. Mutant-Skeleton sind richtig, richtig groß. Ja, Nico, der war ein Mutant-Skeleton. Du kannst auch im Text gucken, da stand Mutant-Skeleton. Ja, ich hab' jetzt, ich, ähm, brauch' keiner von euch einen Kettenhelm. Ne, ich hab' selber einen Kettenhelm. Das sind diese Viecher, die irgendwie vier, vier Blocks groß sind und irgendwie drei Blocks breit, ne? Wieso diese richtigen Buddy-Bilderskeleton, ne? Boah, ich hab' den, ja, ich hab' aber jetzt nicht gesehen. Das kann sein. Ah, hier ist Sponch, das ist wirklich. Äh, lol. Äh, nennt Sponch-Planeten. Ja, ich hab' Churiken. Wöö, wir sind richtig, äh. Nico, wo bist du? Nein, ich sterbe. Auf einem Planeten. Der Gloucester-Planet? Ne, das ist Sponch, das ist kein Gloucester-Planet. Ach so, weil der leuchtet. Sponch ist richtig geil. Ja, der ist halt so aus wie Gloucester-Planet. Sponch-Planet ist richtig cool. Aber, äh, ich hab' kaum noch Platz, du. Obwohl Sponch-Planet ist scheiße. Seid ihr im Osten oder im Westen oder wo seid ihr? Äh, ich hab' irgendwie... Oh, hier ist ein bisschen Gold, das ist gut. Er hat eine Statue aus Strohbein gefunden. Und Witchery? Mod? Äh, keine Ahnung. Withery übrigens. Nicht Withery. Witchery. Oh, YOLO. YOLO-Maxwagger. YOLO-Maxwagger. Ja, ich hab' Eisenhelm. Ich hab' wieder einen Lucky Block gefunden. Und ich hab' einen Stick bekommen. So, äh, was ist das denn hier? Da hab' ich's Block. Ich hab' viel zu viel Swag, um getötet zu werden. Ne, viel zu wenig. Diamanten. Zack. Wenn's drauf hinausläuft, dass ich nicht sterbe, okay. Da ist noch mehr Eisen. Ihr kriegt mich niemals lebend. Zumindest nicht. Heute. Heute nicht. Heute nicht. Heute nicht. Heute nicht. Ja, heute haben wir leider keine Geschichte. Ja, nee, ist klar. Wir haben ja nicht... Oh. What the? What the? What the? Also, wir müssen erstmal wieder ein bisschen was erleben, damit wir was Neues erzählen können. Also... Ich find' euch nicht. Aber wenn ihr das Video seht, sind wir wahrscheinlich unterwegs auf einer Party und ich wette, da kommt sowieso was Witziges zustande. Ja, auf jeden, Alter. Leon scheißt da sowieso wieder die Wand an. Tue ich nicht. Scheiß die Wand an, war das lustig. Wortspieler und so. Ja, nee, ist klar. Ja, ja. Ja, ich hab ganz viel Eisen gefunden. Kennt ihr noch diese Spitbugs? Kennt ihr noch die Spitbugs? Ja, davon hast du grad bestimmt eins geschluckt. Von wegen, es besprit und so. Spit? Nicht sprit. Der war sowas von flach. Boah, der sollte flach sein. Mein Gott. Der war trotzdem flach. Ich bin für meine Flachwitze bekannt. In welcher Richtung seid ihr? Im Auenland. In welcher Richtung seid ihr? Oh Gott, der war sogar noch schlimmer als er wollte. Du hast deinen Reim, ey. Ich sollte vielleicht eine Spinne nehmen, wenn ich einen Berg raufklettern will. Nein, ich bin wieder tot. Boah, das könnte man machen. Ich hasse die Skelette. Ich glaube, wir nehmen schon Auer. Ja, nee, was hast du genommen? Ja, ich bin eine Biene. Ich glaube, wir haben jetzt lange genug schon aufgenommen, würde ich sagen. Ich bin eine Biene. Ja, ich bin eine Hummel. So, ich kann dir genau sagen, dass du aufgenommen hast. Nein, Rene, du bist eine Spinne. Ich bin eine Hummel, yay. Rene, wir nehmen gerade erst zwölf Minuten auf. Ja, heute ist es nicht so, es zieht sich wie Gummi. Ender Lord. Ja, nee, ist klar. Oh, ich bin heute nur am Power-Farm hier. Ich bin heute nur am Power-Walken. Ah, fuck, Reaper. Hier ist Gold, auch nicht schlecht. Nein, ich finde keine Sachen. Du kleiner Hohensau. Rene, red nicht bitte von deiner Familie. Leon, das fand ich jetzt nicht in Ordnung, entschuldige dich. Nein. Alter, was schießt du auf mich? Ich? Wer oder was bin ich gerade? Ich bin ein Baum. Du bist ein Baum. Komm mal her. Wo denn? Ich bin ein laufender Baum. Hast du einen Baum getötet, Loli? Oh, die, diese kleinen Bäume. Ich bin ein laufender Baum. Oh, nicht geil. Ich will auch ein Baum sein. Ich habe keine Ahnung, wieso, aber ich bin ein Baum. Ich habe es drauf, verstehst du? Ich will auch. Ich bin ein Baum. Der Pummel. Oh. Ich bin ein Baum. Ich bin ein O.P. Keiner kann mich töten, weil ich bin ein Baum. Ich bin ein O.P. Ich bin ein O.P. Baum. Und ich habe einen O.P. Baum. Ja, ich habe jetzt auch einen O.P. Baum. Ich bin ein O.P. Baum. Ich bin ein O.P. Baum. Ich habe einfach mal, ich habe einfach mal schon 40 Emeralds, ne? Hey, woher hast du den? Ich gehe in die Planeten, was ist der Emerald-Blöcke. Die mache ich dann immer so was für Emeralds. Woher hast du den? Ja, ich habe auch einen Baum. Ja, woher hast du den denn? Den Baum. Achso, du hast mir. Achso. Keine Ahnung, ich habe... Ich habe einfach gerade einen Baum abgebaut und dann war ich da ein Baum. Ich habe Leon getötet, seit dem bin ich ein Baum. Nein, 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 du bist jetzt gerade erst ein Baum geworden. Ja, du hast echt einen Baum abgebaut. Ich habe einen von euch getötet. Ich habe so ein Ender-Dingen angegriffen und dann... Ich bin auch ein Baum, yay. Das ist ein Ender-Vieh-Töten. Das sieht lustig aus. Komm her, du kleiner Wichser. Nobody can judge me. Ähm... Das hat keinen Sinn gemacht. Ich töte. Ja, ich bin ein Baum, ich bin ein Sterblich. Wo seid ihr alle? Am Spawn. It's ehrlich? Kein Sinn ist der Ender-Night. Warte, ich habe hier so einen kleinen Dungeon. Gucken wir mal. Nobody can kill me. I'm a little stronger. Äh, ich habe einen Frankenmeld. Wow, wow. Fuck. Was, du hast einen Windschneid? Wahrscheinlich was zu essen. Ja, genau. Wieso ist das möglich? Das ist möglich. Das ist möglich. Wahrscheinlich. Yo, wahrscheinlich. Ja, passiert, ne? So, wie ihn Skopit sagen würde. Yeah, ich habe... Yo, wahrscheinlich. Oh, ähm... Nico, ich warte auf deinen Einsatz. Wie auf meinen Einsatz? Nee, nee, du kannst es nicht. Nein, das muss Nico sagen, du kannst das nicht. Ich habe Hardcore Ender Dragon Expansion. Davon habe ich einen Knowledge Fragment gefunden. Glaube ich dir jetzt nicht. Ah ja. Fail. Ah ja. Mach dir jetzt einen Penis mit dem Ding an. Schön. Also, wenn jemand weiß, was man mit diesem Fragment machen kann. Ich habe ein Penis gemacht. Dann schreibt doch bitte in die Kommentare. Weil ich habe gerade gar keine Ahnung. Ich kenne diese... Ja, du hast von nichts eine Ahnung. ...diese Modifikation nicht. Und du hältst bitte deinen Maul. Danke. Nee, finde ich jetzt nicht in Ordnung, dass du jetzt hier mich hier öffentlich demütigst. Nee, Nico, davon kriegst du morgen Stress. Verstehst du? Yo. Ey, warum ist hier der Berg markiert, wenn hier gar kein Berg ist? Was? Ich habe noch... Ich habe nicht gewonnen. Ich habe mir das markiert. Ich habe nicht gewonnen. Das ist meine Kopie. Alter. Hier war ich schon. Hier ist keine Anziehungskraft mehr. Ähm. Wir müssten mal... Shit, man. Hier ist ein Coin. Ach, komm, Junge. Ich habe keinen Bock mehr. Ich lasse mich jetzt einfach abkratzen. Der Coin ist doch geil. Alter. Bei mir ist einfach so ein Coin. Leute, kommt mal her. Ja, ich bin Coin. Leute. Natürlich hätte... Leute. Der Coin hat ein Item gedroppt. Habe ich ja gesagt. Äh, doch nicht. Jetzt ist das nicht mehr so. Yeah, ich bin Coin. Fucking Shitmonk. Der ist viel zu schnell. Was ist das denn? Stirbt nie. Ich hasse dich. Boom. Ja, ich habe die Spawner zerstört. Ich habe die Spawner zerstört. Alle? Und was? Ja, hier bei so einer Ruine habe ich alle zerstört. Ihr müsst hierhin kommen. Ihr müsst mit looten. Okay. Bluten? Ich will aber nicht bluten. Looten. Wo denn? Sag Koordinaten, Digga. Ey, guck einfach die Map. Ich bin in der Nähe vom Spawn. Ey, ist nicht dick. Du, Digga, Nigga. Ach ja, du bist ja blau. Ja, ich habe dich ja auch gesehen. Sicher, dass seine Zwilling-Schwester nicht schwarzes Leben ist. Ja. Digamanten hier lassen und so. Ja. Weil ich habe schon welche im Inventar deswegen. Hui. So. Okay, ich baue jetzt die ganzen Emeralds und so alles ab. Ich habe keine Spitzhacke. Kann ich? Ja, ich baue das schon alles ab. Hi. Leon, kannst du meine ganzen Ärzte nehmen? Äh, nein, weil ich gerade wo ganz woanders bin. René, kannst du die ganzen Ärzte nehmen, eine neue Kiste machen und nur die Ärzte reintun? Nee. Oh, wir brauchen aber eigentlich das Salz, oder? Ich tu die Emeralds in die Kiste, okay? Ich loote die Kisten hier. Äh, kannst du eine Kiste, ähm. Ja, mache ich. Eine, die Kiste, ja, oder, warte, oder René, ich gebe dir die ganzen, ich gebe euch, äh, oder ich gebe dir jetzt, ähm, Konstantin, ich gebe dir jetzt die ganzen. Oder ich komme her, zu mir, hier sind ganz viele Emeralds. Bitte aufheben. Ja. Und ich mache da eine Kiste. Okay, warte, hier, komm zurück, bleib hier, bleib hier. Hier, das mitnehmen. In der Kiste? Äh, das alles in die Kiste werfen. In eine komplett frische Kiste, also nur Ärzte rein. Okay. Alles, was ich dir jetzt gebe. Also hierher die Kiste, oder zum Spawn? Nee, nee, zum Spawn, zum Spawn. Okay. Was ist, wenn die Kiste schon vergammelt ist? Dann bist du schuld. Warte, hier noch, zack. Äh, hier ist nicht noch was, hier, da. Okay, ich mache. Okay. Eine Doppelkiste? Äh, nee, ich glaube, eine reicht. Riesenbieder! Ich meine, das sind ja immer Stacks. Ich töte die Riesenbiene, weil ich bin eine Armeise. Ich bin ein Killebe. Ist das so, mal ich habe mich jetzt extra hochgebaut zum Lucky Block auf dem Baum. Und dann baue ich den ab. Auf einmal macht der unter mir so eine riesige Grube, wo ein Wasser ist. Mit Spinnenwege. Ja, das gibt es öfter. Ja, aber... Oh, Leon, du hast versucht in Lava zu schwimmen? Ja. War mehr Riesenbiene. Leg dich nicht mit mir an, ich bin eine Armeise. Alter, ist das viel Loot, ey. Das ist richtig krass. Ja, wo ich gehen, der so gut. Will die Riesenbiene töten? Helf mir, die Riesenbiene zu töten. Das ist eine riesige Biene, die an unserem Spawn camp. Ich heiße Spawn Camper. Mir ist keine Biene. Hast die Kisten schon gelootet? Ja, alles gelootet. Komm her, Riesenbiene! Ich würde größer als Fall. Okay, nein, teilweise sind da noch so Nuggets und so drin. Die sind auch gut. Nimm die mal. Ich? Ne, Leon, wir haben das mal. Wenn es das Letzte ist, was ich tue, ich werde diese Riesenbiene töten. Oder René hat die gelootet, die Nuggets. Ich habe keine Nuggets gelootet, ich habe nur die Kisten gelootet. Das ist der Unterschied. Aus den Kisten die Nuggets geholt. Ja, das habe ich getan. Die Schick-Nuggets? Du hast die Nuggets reinten. Alter, wir haben so viele Emeralds und so viel Gold, ne? Das ist einfach mal ab, nochmal. Ja, du Wichser. Wichser. Du. Ich bin eine Ameise, ich bin ein größter Alptraumbiene. Bienen können nichts gegen Ameisen machen, wusste er schon. Ja, die können nicht wegfliegen oder so. Ne, können die nicht. Nö. Wow, man. Ameisen machen halt immer ein großer Zahl und so, ne? Die rennen vor mir weg, die rennen vor mir weg. Die rennen vor mir weg. Oder ja, sie fliegt vor mir weg. Junge, ich finde, ich finde, wir sollen... Wir sollten hier eine Modifikation reinbringen, dass wir Emerald-Tools haben. Gibt es hier nicht schon? Ich habe gerade eine Emerald-Axe. Jetzt ehrlich? Ja. Ich habe gerade die... Da mache ich mal gleich eine. Ich habe die... Ja, gibt es schon. Die Biene gekillt, übrigens, ne? Okay. Die hat richtig schön Loot gebracht. Irgendwie fände ich gerade keine Locky-Blocks. Hä? Wo kommt der Demantus her? Den habe ich mitgebracht. Du bist ein... Du bist ein Liegser, ne? Leer-Haustier. Biene. Ich bin eine Biene. Ach, das ist wie Rene. Das glaube ich nicht. Wunderbar, wo ist das? Sieht ihr das auch? Was? Ich bin hungrig. Kann ich mit einer töten? Danke. Nope. Nope. Nuggets kommen auch raus. Bitte Nuggets auch in die Kiste mit den Ärzten rein. Habe ich. Nö, finde ich jetzt nicht in Ordnung. Ja, ich meine damit eher so, Rene. Ich habe keine Nuggets. Nico. Ähm, ja? Nico, du hast alle Nuggets. Äh, nein. Bicken-McNuggets. Doch, bleib mal stehen. Bleib mal stehen. Ja, witzig. Jetzt gibst du mir die... Jetzt gibst du es mir. Ähm, ja. Mach mal einen Mod rein für eine, ähm, Spitzhacken, Feldhacken. Ja, das so alles in einem Tool, ne? Das haben wir leider nicht für unser Modpack. Das können wir vielleicht in Future Time reinmachen, aber hier nicht. Wir haben... Wir haben... Das hier wollen wir nicht direkt verändern. Wir haben das... Wir haben uns... Wir haben das Modpack nicht gemacht. Wir haben uns jeglich, äh, ausgedacht, ja. Wir haben... Tut mir leid, wir haben die... Ich habe die Regel nicht gemacht. Ich habe sie mir lediglich ausgedacht. Genau. So geht das richtig. Ja, tut mir leid. Ja, du bist einfach unwissend. Okay, weiteres Porn hat zerstört. Looten, 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 looten. Junge, ich loote wieder. Ach, komm, die Scheiße nehme ich nicht mit. Äh. Ach, komm, so, zack. Zack. Kommt einer zu mir und hilft beim Looten? Ja, mir. Dein Leash. In welcher Richtung? Ich sehe keinen von euch auf der Karte. Ich wäre ja mal dafür, dass wir nächste Folge mal anfangen, Haus zu bauen. Immer weiter geradeaus. Stimmt. Wollen wir mal machen. Äh, zack, zack. Ah, eine Biene ist unter mir her. Brinderte Biene. Brinderte Biene. Brinderte Biene. Brinderte Biene. Brinderte Biene. Hm. Nimm jetzt den Kampf mit einem Drachen auf. Eine riesige Biene gegen einen riesigen Drachen. Wer wird diesen Kampf gewinnen? Wir haben auch mal wirklich, äh, eigentlich verhältnisweise ziemlich viele Diamanten. Ist echt... Komm her. Mantis? Mantis? Oh. Miko, Mantis? Ja, ich bin bei euch. Gleich. Ja, ähm, ja, ich, ich gehe jetzt erstmal, ich gehe jetzt doch nochmal erstmal zurück. Äh, wo muss ich... Wo muss ich zurück? Der Rest ist mal gestorben. Hä? Wo ist denn unsere... Ach, da hinten ist, glaube ich, unser Haus. Telefon! Tö, 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 tö. Wow! Hm. Okay. Tot. Jo, ähm, ja, ich würde sagen, das ist ja jetzt auch ein Punkt, an dem wir das Video beenden. So, wir nehmen jetzt schon ein bisschen länger auf und sonst wird das... Schnell, bevor ihr ne wiederkommt. Schnell! Äh, ja, ich würde dann sagen, äh, das war's, wenn ihr jetzt guckt mal bei Konstantin auf dem Kanal vorbei. Mein Link ist natürlich in der Beschreibung. Ja, weil ich wie alle YouTuber abo geil bin, ja. Genau, das gehört dazu. Äh, gut, ja, dann würde ich mal sagen, äh, bewertet das Video, kommentiert, abonniert, masturbiert. Masturbiert. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video, haut rein und tschüss! So, so! 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 So!